Noch ein Wirtschaftsthema beschäftigte heute die Regierung. Sie will künftig stärker mitreden können, wenn Investoren aus dem Nicht-EU-Ausland nach deutschen Unternehmen greifen. Dazu beschloss das Kabinett eine Reform der Außenwirtschaftsverordnung. Damit ist ein Veto in sicherheitsrelevanten Fällen wie der Energieversorgung möglich, und zwar bereits bei einem Anteilserwerb von 10%. Der Stromnetzbetreiber 50 Hertz, weil er wegruf, nur ganz knapp konnte die Bundesregierung den Einstieg eines chinesischen Investors verhindern. Nun verschärft sie für Branchen wie Energieversorgung oder Telekommunikation die Außenwirtschaftsverordnung und kann nun Beteiligungen ab 10% statt bisher 25% prüfen und im Zweifel untersagen. Deutschland hat den Anspruch, seine kritischen Infrastrukturen zu sichern, hat den Anspruch zu wissen, was in diesem Bereich vorgeht. Und mit der Änderung der Verordnung erhalten wir dazu erstmalig die Möglichkeit. Aus der Wirtschaft und aus der FDP kommt Kritik. Immer mehr Unternehmen würden einer Investitionskontrolle unterworfen. Grundsätzlich akzeptieren wir natürlich, dass es staatliche Aufgabe ist, nationale Sicherheit und öffentliche Ordnung zu schützen. Aufgabe auch der Außenwirtschaftsverordnung. Aber wir sehen mit großer Sorge, dass diese Definition von nationaler Sicherheit immer breiter wird, der Anwendungsbereich immer breiter wird. Wir wollen klar nachvollziehbare, objektive Kriterien, die sich auf den sicherheitsrelevanten Bereich beschränken. Denn es darf nicht zu einer Abschottung der deutschen Wirtschaft führen.